Also, ne, wo ich da die Devil gemacht habe, da hat der Geist das Lied nicht gemocht, von wegen Jingle Bell. Dann hat er sich immer gezeigt. Der mochte das anscheinend. Hallo. Elizabeth Jones, okay. Kerze ausblasen. Und durchs Salz wandern lassen. Erstmal für ihn rausfinden, wo er ist. Und Teammitglied Zeuge eines Glacier Events werden lassen. Und das ist ja selten schwer. Oh, der war am 22 Grad, lecker mio. Gott, habt ihr jetzt dabei? Ich habe jetzt den Thermometer, EMF-Reader und Haltaschenlampe. Dann nehme ich das Salz schon mal mit. Und? Ich bin erstmal auf dem Scheiß rauskacken. Okay, wohlbekommst. Das war der Geisterschieß. Weißt du, warum ist das hier immer nur so 15 oder 16 Grad, ey? Das ist, das ist so. Na verdammt, wo bist du? Moment. Moment, wo bist du? Hier. Nichts verkannt. Ich habe gefragt, wo der Geist ist. Nicht du, Shani. Okay. Guck mal in der Garage. Na, Garage ist zu warm. Ich bin unten im Keller. Böse Kinder gehen immer im Keller. Deswegen ist er da ja auch. Ich bin ja auch nicht artig, ne? Aber gehen böse Geister auch in den Keller? Oh, hier, hier. Bis jetzt nicht. Im Waschwäschraum ist der Knochen unter dem Handtuch. Gib uns ein Zeichen. Oh. Hi. Was ist? Das war in der Garage. Ja, ich bin in der Garage. Spannter, spielst du da mit dem Outbo? Ja, ich musste nur gucken, ob das funktioniert. Ja, ja. Nicht, dass die Besitzer sagen, es geht, dass wir da irgendwie was gemacht hätten und so. Also, ja. Ähm, ja. Elisabeth. Ach, nee, nicht der Name. Elisabeth. Ich habe den Raum. Wo bist du? In dem, auf der, da wo du kranken warst. Wo? Mach mal Wasser an. Hier in dem Schlafzimmer, neben dem Wohnzimmer. Da war bei mir die ganze Zeit über 15 Grad. Ich habe jetzt hier 11,2. 11. Ja, du musst ja auch erst mal Licht anmachen. 13. Aber. 7,7. Also, das schwankt irgendwie ganz extrem. Ach, hier. 7,8. Im Badezimmer. Na ja. Gib uns ein Zeichen. Elisabeth Taylor. Wo bist du? Hier. Ich glaube gar nichts. Okay, das Licht war mir. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Schalt für dich. Das glaube ich auch. Aber keiner hat den Knochen gefunden, ne? Doch, ich habe doch gesagt, dass der... Er ist durch Salz gelaufen. Sehr schön. Super. So, dann vorbringe ich mal das Buch und die Kerze. Nein, die Kerze, die haben... Die Knochen in der Wind. Wie alt bist du? Advent, Advent, ein Dante brennt. Mit? Nee. Nee, tut er nicht. Ah ja, hier. Hinten, links. Alles zu hell. Mach mal Licht aus. Hab ich. Hab ich. Ja, dann bleib mal eben ganz kurz da stehen. Aber... Gib uns ein Zeichen. Ob sehe ich jetzt keine. Aber ich nehme mal die Kamera mit. Und dann. Wo bist du? Das ist wieder einer von der nicht so gesprechigen Sorte. Hallo, die ist mehr da rumgeschoben. Dann, dann geh mal ganz alleine in den Raum. Ja. Ich geh mal rein. Dante, ich verfolg dich. Okay. Mit der Willkamera. Elizabeth Taylor, wo bist du? Elizabeth Taylor, wo bist du? Nicht hier. Nein, anscheinend nicht. Und hier liegt eine Schere. Das erinnert an was. Ja. Ich glaube, die ist sehr zurückhaltend. Habe ich auch angemacht? Ja, ist an... Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? So was von auf null. Ey, du blöde Kuh. Mach jetzt mal was. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Genau. Wir haben noch eine ganze Menge weitere Aufträge. Du bist nicht der Einzige hier. Also entweder ist sie gerade erst wieder im Raum drinnen, oder sie ist rausgegangen. Sie ist jedenfalls beim Eingang dort. Oh, hier? Oh, 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 Licht flackert. Licht hat eben geflackert. Ja. Trotz wie alt bist du? Ja, dann ist die Box nicht. Will mal jemand anderes versuchen vielleicht? Dann lass ich die Box hier fallen. Ja, lass mal fallen. Ja, lass mal fallen. Ja, dann geh ich mal raus. Kann ich das Ding jetzt nicht aufheben? Brauchst du gar nicht. Brauch nur an sein. Wo... Äh, falsche Taste. Wo bist du? Hier am Becken. Wie alt bist du? Zu alt für dich. Wie bist du gestorben? Sag ich dir nicht. Ich sehe gerade ein Orb. Ja, ist auf fünf. Eigentlich Orb. Na, Orb? Orb hab ich gesehen, ja. Mhm. Was haben wir noch? Noch bis jetzt gar nichts. Ich hätte es ausgeblasen, hat er auch noch nicht. Vielleicht kann er nicht bleiben. Vielleicht kann er nicht pusten. Wie alt bist du? Ne, ich glaube, der macht wirklich... Der sagt wirklich nichts. Aber EMF ist halt auch still die ganze Zeit. Schau mal, Junge. Hat jemand das Gastronbuch hingelegt? Ja, hab ich schon. Warte, das... Naja. Schreibe in das Buch. Nee, ich kann nicht schreiben. Ja, ich merke's. Müssen wir dich... Müssen wir mit dir nochmal zur Schule, wa? Mhm. Fingerabdrücke finde ich auch keine. Oh, der war ja da, ne? So, Baby. Und jetzt unterhalten wir uns. Wo bist du? Komm, ran auf den Mäler hier. Wo bist du? Oh, Schatz. Du warst das ja richtig muckelig hier. Wer bist du? Willst du mich verarschen? Ja. Doch die Frage nach ihrem Alter mag sie nicht. Oh, sie hat, glaube ich, ne Kerze ausgepustet. Die ist hier gerade ausgegangen neben mir. Ja. Also, warum sind sie da auch nicht? Wo bist du? Nicht hier. Nichts erkannt. Lichter flackern ganz leicht. Oder wir lassen mal an. Vielleicht antwortet sie ja so. Mit dem EMF erfährst du hier gar nichts. Schreib ins Buch. Tolle Sau. Uh, zweier Ausschlag. Yay. Aber jetzt, wir wollen nicht gar nicht. Bleib mal da. Du bist voll langweilig. Lappen. Na. Na, Shani. Mach die Tür zu. Ja, klar. Den lasse ich jetzt alleine. Den lasse ich so verrecken. So. Und. Die Tür ist gerade zugegangen. Fünfmal Ausschlag. Ja, aber Tür ist auf. Tür ist auf. Nein, nein, nein. Ja, ja. Etwa einfach nur ein Event. Hm. Aber EMF hat auf fünf ausgeschlagen. Auf fünf? Ja. Gut. Ja. Ja, alle Aufgaben gemacht. Ist voll in Ordnung. Ja, wir wissen aber noch nicht, welcher es ist. So. Ist noch alles im Raum drinnen. Ja, auf fünf war. EMF war ja auf fünf, ne? Ja, einen Geister Orb haben wir. Mehr haben wir ja noch nicht. Also ist es dann ein Phantom? Oder ein Gin? Oder ein Shade? Ja. Für den Shade bräuchten wir noch das Geisterbue. Für den Gin die Box. Und für den Phantom die Gefriertemperatur. Ja. Geh doch mal gucken. Finger abdrücken. Keinig sein. Hallo? Jemand zu Hause? Wo bist du? Es sind keine Fingerabdrücke. Durch, Senni! Anlösen! Oh, es ist gewittert. Hallo! Ist hier wer? Von der Müllritte. Hier mein Zuhause. Senni, hast du es mit dem Rücken? Ja. Weißt du doch. Ist so voll abfahren eben gerade vom Bild. Geistertemperatur, Geisteratem. Ja, okay. Also, Gefriertemperaturen sagt man auch dazu, ne? Jaaa, bei mir ist das geil. Die Gerdes ist wie gerade wieder ausgegangen. Ein Verdömmchen. Ein Fandum, ein Fandum, ein Fandum, ein Fandum, 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 Fandum. Süßt du Lappen? Hoffen wir mal wiedersehen. Ja, wir gehen nochmal. Boopo. Jetzt kommen die Ghostbusters. Adiosos. Sie sind nicht so harmlos wie wir. Blöde Kuh. Die fangen die... Hat die Tür zugemacht. Ob das der Geist nicht entkommen kann. Genau. Die suchen dich, dann kriegen die dich dann... Nee. Dann fangen die dich dann kriegen. Irgendwie so. Was ist die Frage ist? Hm? Die suchen dich dann, wenn die dich dann kriegen. Genau. Hantu ist neu. Hm. Das sollen glaube ich zwei gewesen sein. Hab da allein getragen. Ja. 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 Und warum fahren wir dann noch nicht? Ja. Und Joka. Die beiden. Stimmt. Ja. Du stehst da näher dran, weißt du? Da muss Fianna extra von dahinten von den Lkw kriechen. Und dann da die Tür zu machen, weißt du? Nur weil du das spät. Ja, Mai. Ja. Und du musst ihn. Ich hab grad intensiv gelesen. Ja. Ja.